Hallo mittendrin Besse! Ich habe gedacht, mal eine andere Perspektive. Heute Rendezvous. Rendezvous. Ihr habt es ein bisschen langweilig beim Rendezvous. Und zwar habt ihr immer dieses Endlich, 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 Endlich. Und das kommt dauernd. Nur, ich gehe schon mal gleich auf die zweite Seite. Da habt ihr nämlich dann in der Klammer 2, in meinem Takt 13, Endlich, 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 hab das Klo. Ich hab das Klo desinfiziert und mit Hosen dekoriert. Hab die Kerzen an. Wow, das wird eine tolle Nacht. Endlich, Endlich, ja, genau zählen bei der Stelle. Ich bin nochmal in Takt 13 bei dem Übergang zum Klo. Endlich, Endlich, hab das Klo. Ich hab das Klo desinfiziert und mit Hosen dekoriert. Hab die Kerzen an. Wow, das wird eine tolle Nacht. Endlich, 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 Endlich. Und ich gehe gleich weiter. Klammer 2 vor E. Endlich, 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 Endlich. Das geht weiter. Ich gehe in Klammer zwei. Endlich, endlich, halt der Tisch. Bis bald der Tisch in Flammen steht, merkelt beide viel zu spät. Wo sind das Klo? Dann ländlich schon Licht, hallo. Jetzt neuer Text. Dungellaufen, 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 schade eigentlich. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo. Das ist ein Klo.